Musik 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 Servus alle! Wir sind die Smallzuki und in der Big Travel Band und heute sind wir heute im Bezirksmuseum im 15. Bezirk im Rudolf Fünfhaus habe ich das richtig? Fünfhaus Entschuldigung, mein Akzent und mit der liebe Roxanne Schalkenwitsch und mit der Matreo auf dem Percussion nach einer sehr 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 lange Zeit Ich bin sehr begeistert Okay Und wir spielen im Open Mic Open Mic Open Mic Ja Open Mic Also im April, das ist der zweite Jubiläum Genau Und wir werden ein paar Lieder von mir vorstellen Also eigentlich sollten wir so seit langem irgendwie so das Album das Single so Poison veröffentlicht hätten, aber alle Konzerte sind einfach abgesagt Apropos, wir wünschen euch alles Liebe also bleibt ihr gesund und bitte trägt ihr euren Mundschützen sehr wichtig und sehr 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 wichtig also das Konzert wird auf YouTube am 23. April um 19.30 Uhr gezeigt werden also gestrimmt werden ihr könnt die das Konzert schauen das spielen andere Musikerinnen und auch auch ein Stand Up Comedian wenn ich nicht ja genau wenn ich richtig bin und dann könnt ihr uns auch also auch unsere Facebook Bandcamp YouTube also ihr könnt uns besuchen und dann unsere Musik unterstützen und vielleicht auch ein bisschen Call uns geben oder zumindest ein ein bisschen essen wenn das nicht funktioniert oder so ihr könnt uns essen bringen also beim nächsten Konzert ja genau viel Spaß Aber wie findet man dich jetzt? Achso Smallsuki oder? Smallsuki Roxanne Czankovic und Atreo und also alle gemeinsam sind wir die Smallsuki in der Big Trouble Band Big Trouble Big Trouble Big Trouble Viel Spaß Big Trouble 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 Bill Trouble